...fotografiert. Also war ja noch nicht so dunkel. Das sieht fein aus, ne? Hier ist doch die Jump. Ah, schwer. Jetzt auf dem Weg nach Haus. Jetzt sind wir auf dem Weg zum Auto. Jo. Jo. Wir haben erstmal einen Rundfahrzeug gemacht. Richtig. Um zum Auto zu gelangen. Alles klar? Riesen Weltreisen hier. Ja. 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 Ja.